Die Zittauer Schmalspurbahn rollt wieder. Bereits seit Anfang des Monats läuft der Zugverkehr zwischen Zittau, Hauptbahnhof und Eubin bzw. Jonsdorf wieder wie geplant. So stehen für Touristen auch wieder Burg- und Klosterfahrten sowie die bekannten Stadtwächterzüge auf dem Fahrplan. Die Unterbrechung des Bahnbetriebes war zwischen Mai und Juni wegen Reparaturarbeiten der Zittauer Prinz-Friedrich-August-Brücke erforderlich geworden. Die Brücke über die Mandau ist in ihrer Art deutschlandweit einzigartig und erforderte sehr aufwendige Sanierungsarbeiten, heißt es dazu in einer Mitteilung der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft SOEG.